Wir werden jetzt die Finale mit 50 Meter Freestyle-Männer starten und wir werden mit dem Finale in H-Group 2002 beginnen. Zunächst das Finale der Altersklasse 2002. In diesem Finale starten, Starting in this Final, auf der Bahn 0 von den SV Wasserfreunden Brandenburg, Lorenz Ehmann. Auf der Bahn 1 vom TSV Albonibühl, Etienne Weinbach. Auf der Bahn 2 vom Potsdamer SV, Ben Marienhagen. Auf der Bahn 3 vom SC Plauen, Maximilian Eichelkraut. Auf der Bahn 4 in Lengen, representing SK Motorlet Praha, Matej Renk. Auf der Bahn 5 von der SG Schwimm Münster, Benedikt Christoffel. Auf der Bahn 6 vom SV Wasserfreunde Brandenburg, Till Florin. Auf der Bahn 7, on Lane 7, representing Sportswimming Club, Colleen Maxim Suck. Auf der Bahn 8 vom ESG Schwimm Münster, Jack Weber. Auf der Bahn 9 vom ESG Frankfurt Oder, Matti Schulze. Auf der Bahn 7 von SRV Acho. Auf der Bahn. Auf der Bahn 5 vom ASG spooky. Vielen Dank. Ja, und da gewinnt auf der Bahn 4 in 33,34 Matej Renk. Damit kommen wir zum nächsten Finale in der Altersklasse 2000.